Jerusalem ist die Vollerfüllung von Babylon und der Zwischenerfüllung Rom Es besteht eine geschichtstypologische Analogie des von Nero errichteten Sonnenidols Koloss auf dem Dach des Tempels des Sol in der Nähe des heutigen Kolosseums in Rom zum Standbild des Nebukadnezars II. in der Stadt Babylon. Beide Götzen mussten von den Menschen angebetet werden und sind Typen des sprechenden Bildes des endzeitlichen Nero in der irdischen Stadt Jerusalem. Jerusalem, nicht die Stadt Rom oder der Vatikan, ist die Vollerfüllung Babylons. Diese Stadt ist die große Babylon. In der 2. Hälfte der 7-jährigen Regentschaft des 8. wird der Antichristus als der neue Nero auftreten. Gemäß Offb. 17,16 und Offb. 18,8,9 und 18 wird Babylon Jerusalem zu Beginn dieser Frist im Feuer gerichtet werden. Jerusalem, Nebukadne представit Vielen Dank.